so hallo meine lieben freunde der volksmusik herzlich willkommen zum schlechtesten spiel aller zeiten resident evil 6 folge 31 und wie gesagt das sind vier kapitel das erste konnte man machen das war scheiße weil es gegner ohne ende und alles dann das zweite konnte man nur zur hälfte spielen weil dann haben ein bug der weiterspielen verhindert und das war noch blöder weil da war ein altes war nur als erste war eine einzige zombie orgie zum abschießen das zweite war eine quicktime event orgie die dann abstürzt also man kommt nicht weiter das dritte war praktisch auch wieder eine quicktime event und ein sonstwas und absturz pack also geht nicht weiter jetzt haben wir hier noch das vierte mit der ada da sind wir jetzt am anfang bin gespannt wann es abstürzt und wir mussten jetzt da ein rätsel lösen also ich muss zu der kiste hin wenn ich reinspringen klappt aber das ding runter und ich fall da runter und jetzt habe ich mal in der einlösung steht überhaupt nichts da steht nur ich soll mir da zu der kiste gehen in der anderen steht ich soll die zombies wenn du genau hinschaust dann hat der drei pfeile drin der kollege an der wand und da steht man muss drei pfeile in einen von denen muss man drei pfeile genau dieselbe stelle schießen bloß das ist ja bisschen schwierig und jetzt habe ich mal drei an die wand genagelt mal schauen ob das funktioniert das funktioniert aha ich muss sie nur mit mit der armbrust also mit der armbrust muss ich die nur an der wand festnageln da quasi die drei ich nehme jetzt lieber erstmal das ding was man hat hat mal nett dass das wieder weg ist finden sie vielleicht brauche ich ihn doch da ist jetzt noch was drin muss ich wieder zu was ist denn da noch drin nichts mit soße aha da wollen also man muss sie an die wand knageln und jetzt muss ich da drin hauptsache ich habe den jetzt muss ich als musik gut jetzt gehe ich da rein aha warte finden sie die fehlenden teile aha muss ich den jetzt da einsetzen oder wie das ist so ein scheiß spiel da aha also ich bin jetzt darauf oder wie hoch hinter mir ist ein monster oder wie ich jetzt darauf ich gehe jetzt nur noch ich versuche jetzt nur noch anleitung weiter zu spielen irgendwie auch ob klar kontrollpunkt genau jetzt bin ich wieder in so einem dreck stinger in das kommt aha muss ich da hin oder wie ist ein horrorspiel hilfe ich bin erschrocken das soll wahrscheinlich auch witzig sein also wahrscheinlich mehr so ein witz spiel finden sie die teile des schädels oder was ja warte wo muss ich schon ah dahin oder wie aha ja 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 ich bin wieder jetzt fahr ich wieder einfach ah scheiße ah nee jetzt bin ich tot ah super jetzt bin ich wenigstens tot ach jetzt kann ich wenigstens alles wieder von vorn machen dreck scheiße muss ich jetzt ducken warte da ach toll was muss ich denn da machen ach am arsch lecken ach das spiel löschen ach da steht bitte löschen sie das spiel lecken arschlecken aha das ist auch die dreckslösung ähm untersucht ihr die schädel wieder äh 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 kriecht schnell vorwärts aha das ist jetzt hier der bug wahrscheinlich kriecht schnell vorwärts wo ist denn vorwärts kriecht schnell vorwärts also mit A das ist jetzt runter warte da warte 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 aha aha ah jetzt sind wir aber weg oder jetzt geht schnell vorwärts aha geht schnell vorwärts achso naja aha wir haben es aber geschafft oder jetzt mit dem umbauen ach ach jetzt kommt der ticke ach ach jetzt kommt der ticke das ist so lustiges monster so aus ghostbust ach jetzt kommt der anderen warte ach der rutsch der ist rutsch das muss ich ihn machen ach der hat einen schüssel warte der hat einen schüssel warte ja die schüssel oder jetzt haben wir einen aha ah ja hoffentlich speichert er jetzt jetzt muss ich wieder durch die blässer durch oder ah ne wo da rein oder ach komm ich will das spiel nur noch irgendwie beenden also halt bis zum nächsten bug spielen entschuldigung beenden kann man das nicht glaube ich jetzt falsch jetzt gehen wir wieder da hin ich müsste mal da rauf jetzt kommt was kommt jetzt für ein bug jetzt müssen wir da hin aha jetzt kommen wieder die nodler ah ne warte was kommt da olihi 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 äh olihi warte den hauen wir um ok hoppla genau hauen wir den hin wo muss ich denn hin ach da rein ok hoppla na komm bang 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 gehen wir da raus oder musst du raus hä geht nicht ach komm geht nicht gibt es nicht hat der auch wieder einen schluss oder was wo muss ich denn jetzt hin finden sie die finden sie die finden sie die teile die schön ist was ist jetzt da wieder für eine dreck scheiße hier ah ne bang 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 komm mit denen nicht hin man hinten auf warte jetzt geht die tür auf oder ah jetzt kann ich jetzt kommt ein messer ne jetzt kommt kommt der ah kontrollpunkt na gut kontrollpunkt joi joi mhm hinter jodel aus dem schönen zimmer kann man die nicht ah es müssen die wieder alle umschießen hatte äh nur die kau kann man nicht die genaue nehmen warte warte hab die schnauze so gestritten voll von dem Drecksspiel komm ah ja warte bang bang wer ist weg wer ist weg ok, gehen wir da rein ich muss mich ein bisschen zusammenreißen damit ich nichts sage damit ich vor Gericht landen könnte gehen wir da rein Ollambutta 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 Wiesnntüme aleaktie Ollambutta 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 Golderei, Golderei, gibt er mir noch eine? Nein, das ist ja okay, den Schiff nicht stehen Golderei, Goldener Zahn, so ein Ding, na gut, man soll hier auch nicht. Golderei, jetzt habe ich da rechts, oh, ah, jetzt kommt wieder ein, ähm, irgendwas, Bigtime, Messer, irgendeine Scheiße, Bug, da komm, geh halt raus, äh, ist da runter, oder, oh, soll ich nicht da vorbeigehen, oder wie, ne. Nehmen wir mal da vorsichtig, da pfeift einer, oder wie, aha, jetzt, das noch, oh, ja, das, das sage ich mal, finden sie die vielen Teile, jetzt kommen wir wieder, was witzig ist. Aha, dann, kommt da einer, hier, prüfen wir mal meine Theorie. Das ist wahnsinnig witzig, das Spiel. Wo ist da runter, oder wie, ach Gott, steigen wir zu, oder wie? Aha. Ach, das Spiel ist so scheiße. Ich gehe hier keine fünf Meter mehr ohne, 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 aha, warte, brauche ich jetzt, einer fehlt noch wieder, ne, einer fehlt noch. Ah, ne, den haben wir, ach schon. Ich sag mal lieber nix, weil, das wird sonst unangenehm. Äh, jetzt gehen wir, komm mal, dann, nehm mal was. Das wird unangenehm. Ach, jetzt kommt ein Video, oh, ne, da, uh, ach schon. Hm, 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 hm. Hä? Debra, ach, das ist die andere, oder? Hm. Oh, oh, je, je, jetzt aber hallo. Oh, je, 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 je. Muss ich jetzt die abschießen? Ne, das kommt, das ist Video. Oh, ah ja, die Dame, der Bora. Ah ja, das ist die andere da. Gut. Das ist ein Horrorspiel. Okay. Jetzt schalte mein Fernseher wieder ab. das überschneidet sich jetzt warte das war im ersten teil das habe ich schon oder naja genau da kommt sie oder wie was wie viele teile und dreck wie zu aus kommt jetzt geht es die erste aufgabe hatte helft leon und helena schießt zunächst auf deborahs tentakel das ist kompliziert du mich auch diese stiege halten nicht wir müssen in die unteren ebenen es tut mir so leid ich habe versagt helena gehen sie weg von ihr also ja jetzt müssen wir helfen sie ja Warte, den Kakel, den Kakel Äh, hu Uiuiui Oh, oh, ja Ah, jetzt kommt wieder Dreck Hat man das nicht schon mal in Kontrolle? Ah, Kontrolle kommt Auweia Ach, jetzt spielen wir das aus einer anderen Perspektive quasi, oder wie? Den Dreck da Äh Helfen Sie Muss ich runter, oder wie? Ne Warten wir mal, was passiert Warten wir mal Muss ich runter, ne Wo muss ich hin? Ach, da Oh, oh Äh, ne Da bin ich schon Oh, da, ich muss da Bö, ne, ach, bö Ah Oh Uiuiui, da jodelt wieder einer Das ist schick Ah Ja, ein Energy Drink Ne Bitte nicht falsch verstehen, das klärt sich später Hm Okay Okay Was machen wir jetzt, Freunde? Gehen wir da hin, oder? Ah, da, das ist die Deborah, oder? Ist das die Deborah, oder? War das die? Ne, das war nur ein Zombie, oder wie? Äh, darüber wahrscheinlich Da runter Da runter Jetzt muss ich, ah Jetzt muss ich runter Wäh, wäh Was machen denn da genau? Äh, huch Untersuchen Aha 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 Jetzt spielen wir das quasi von der anderen Richtung aus, oder wie? Wäh 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 Passen Sie auf Mhm Ne Passen Sie selbst auf Passt dich selber Warte Müssen sie umschießen Oh 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 Ah, jetzt wird die erst richtig sauer, oder? Die Deborah Genau Wih Warte Ah, warte Ja, ja, ja Nun, ja, die schießen, hoppla Voll auf's Gesäß Huch Wo ist denn? Wie sollten sie erlösen? Ja, ja Mach ich schon Bin ich schon grad dabei? Oh Das kann doch nicht wahr sein Oh oh Uh, den auch noch, komm Warte Uieieiei, die ist schnell Einfach mal Die Seele baumeln lassen Einfach mal drauf, hoppla Warte auf's hin So, einfach mal weiter Einfach mal Nicht fragen, nicht anrufen Oh, äh, 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 äh Nicht fragen Einfach schießen, hoppla Ja Muss ich jetzt zum Ausnehmen Ja, aber da kommt wieder ein Glück Kein Dreck Muss er jetzt da einfach Ich, ja, ist mir scheißegal Ok Ja, aha Ja, jetzt geht's weiter War das jetzt gut oder schlecht? Nee Jetzt geht's weiter Kontrollpunkt Ach, ja, verspielen macht euch Äh, 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 äh Achso Mit dem helfen Warte Und, wo ist er denn? Hm? Ja, naja Wie denn? Doch Hier Hm? Mach ihn Was macht denn der? Na ja Ah, ich hab aber so ne böse Erinnerung Dass jetzt wieder ein ganz beschissenes Ding kommt Ganz beschissene Stelle Äh Uff Was denn jetzt? Was muss man machen? Dreifüße Alter Ich weiß nicht, ich weiß nichts Ah! Genau Oh, nee Oh Oh, jetzt kommt ne beschissene Stelle, oder? Nee Äh Jetzt kommt der Ach komm Das Spiel ist so scheiße Hm, mhm Genau, jetzt kommt die beschissene Stelle Ah, warte Ah Oh, scheiße Genau Ah Genau, jetzt kommt das ganz beschissene Brextime Event Ah Aha Mann, wie kann man so ein Spiel Ach, nein Ach, nein Ach, nein Warte, 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 was muss ich machen? Äh, zuha Warte Ach, komm Ach, du Scheiße Warte 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 Guck mal auf die schießen liberals Ich bin auf die schießen 3 Betrollpunkt, ja na ja habe ich ganz diese erinnerung als soll das tmt wegschießen ach so haben wir schon einfach mal schießen oh weia helfen die auch ach komm das Spiel ist so toll, schau her, das ist ganz toll Kontrollpunkt, ah, Kontrollpunkt TNT, warte, ah, scheiße, ah, jetzt kommt die Stankte Ne herbal? Oh, was ist jetzt da? Kontrollpunkt, ah, Kontrollpunkt ist immer best ... AHHHHH AHHHH حF min ounce spiel ich schon? awww awww Huch! Prozent das ist nicht bewusst worden Prozent Prozent aber dort wird Prozent Prozent ich gebe auch keinen Kommentar auf Prozent es geht aber noch weiter als Fortschritt ich glaube da ist es nicht mehr viel zu die Rechen ach komm jetzt müssen wir sowieso wieder aufhören die Sturz da geht so angeblich noch weiter huch huch ach ja genau ach ja jetzt kommt es genau kommt sie wieder das hatten wir schon mal nicht nur nicht meine Tochter ach ja neben mich genau da waren wir schon mal Ach du Scheiße. Weg, weg, weg. Scheiße. Ah, jetzt kann ich wieder eine Stunde lang Video anschauen. Alter, das bin ich jetzt, oder? Ach komm, Quatsch. Durchsucht die Forschungseinrichtung. Wir haben es hier mit den wahren Strittenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Flugzeugträger kommen da auch noch. Aha. Wie geht es Ihnen? Ach, oh. Und ich zeige es Ihnen. Ja, nein. Aber ich möchte Ihnen etwas zeigen. Jetzt wenn der hoffentlich mal einen Speicher... Ich würde ja gerne das Video abschalten hier, aber dann heißt es wieder, komm. Nur etwas, das Ihnen sicherlich weiter helfen dürfte. Gehen Sie zum Forschungslabor. Ah ja, Forschungslabor. Kontrollpunkt. Achso, ich muss zum Forschungslabor erst gehen. Oder wie? Komm, das ist so ein Dreckspiel. Was muss ich denn da machen? Ich mag nicht mehr. Das Spiel nervt mich so gnadenlos. Das kann man gar nicht sagen. Wenn das neue, das jetzt rauskommt, auch so gnadenlos Dreckscheiße ist, dann... ...durch suchen Sie die Forschungseinrichtung. ... Speiert der jetzt? Weil ich höre jetzt auf. Speiert der jetzt? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn das andere, da kommt? Einfach mal schießen. Jetzt kommt das nächste, komm. Einfach mal schießen. Dren, 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 dren. Ach, das Spiel ist so Dreckscheiße. was ist er warte ich will noten naja kontrollpunkt ich weiß es nicht geht doch da keine fünf meter mehr ohne irgendeinen tagesordnungspunkt 1 schlüssel finden schlüssel finden, ach komm, das ist nicht mein Arsch ich wäre jetzt da, jetzt kommt da auch wieder einer ich wäre jetzt da auch wo ist denn der? Schlüssel da, 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 warte ach der, törpla da oh ne, das ist ein witziges Spiel, sie haben doch nichts dagegen wahnsinnig äh ich spiel wo denn jetzt? komm, leck mich doch am Arsch doch, ach doch ach doch ach doch wir müssen wieder aufhören Mensch oh, ha hoppla hu hu hu, da kommt wieder einer wo denn? hu 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 ah ah böser sw prompt schlau du hier du du ich wünsche Was soll denn das für die Figur sein? Wer da Fett, boi, slim Kennst du den noch? Ah, nee, der schon wieder Ah, hey, hey Komm Kann man da nicht irgendwie Schnell Ah, nee, jetzt kann man da wieder Ah, ah Dass wir vielleicht noch einen Steuerpunkt Schnell noch machen Warte Ah, die kommt da wenigstens drauf Huch, da kommt der nächste Da müssen wir hin Dann gehen wir da hin Ah, jetzt kommen wir wieder da rein Genau, da waren wir doch schon mal Warte, da Ah, jetzt Illuminieren sie alle Feine Ach komm Ah, Schnecken Ah, Schnecken Ah So, fängt Noch einer Oh, jetzt kommen die anderen noch Wo geht's denn Ah, da ist noch einer Oh, jetzt muss ich so lange rumgehen, bis alle Wo geht's denn Ah, da Ne Da ist noch einer Da sind noch zwei Oh, 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 Hilfe Wo denn Oh, oh Drei Oh, oh, oh Da kommt einer Da kommt einer Da kommt einer Ah, da ist noch einer Ah 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 What the fuck Bang 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 Oh Da ist der nächste Au Oh, nee Au, nee Warte, scheiße Wo ist er Ah Ach Komm Au, au, au Der ist weg Kommt noch einer Oh, jetzt geht's auf Warte Endlich Oh, nee Kommt jetzt hoffentlich Ein Speicherpunkt Wollen wir jetzt wieder aufhören Oh, nee Dreckscheiße Jetzt kommt die nächste Dreckscheiße Jetzt speichert er, oder Kommt das brauchen wir nicht mehr So, fertig Gut Arschlecken Gut Jetzt schalt mal Jetzt schalte ich auf Erkennungsakü Die Konste Konste Okay So Okay Also Video aus Tschüss